Einen wunderschönen guten Tag! Willkommen zurück zu EintrubiDiZirrrr! Zarisperk, The Stick of Truth! Letzt Mal waren wir, waren wir, waren wir, waren wir, waren wir, haben wir ein paar Mal bei dem Boss gefailt und sowas. Gostkinder und was auch immer. Ich erinnere, dass Elgorn den Facebook vollspamt. Den Bosskampf schaffe ich nicht. Äh, noch nicht. Ich werde das mal gucken. Wo muss ich hin? Zerstöre den Menschen-Banner. Zum Glück ist dann Timmer direkt nebenan. Ah, da oben ist der nächste Timmer. Timmer, 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 Timmer. Warte mal. Danke, Leck. Geh wieder weg. Was war das denn? Bei South Park darfst du das nie im Leben legen. Nie im Leben, versteht ihr? Das darf nicht. Mensch-Banner. Gern würde das ein bisschen Ballkopf-Skill sein. Zerstöre den Menschen-Banner an der Kirche. Alles klar. Auf zur Kirche. Äh, Timmer. Definitiv. So, das ist down. Wo ist der nächste Menschen-Banner? Zerstöre den Banner am Teich. Kann ich mich dahin teleportieren? Nein, ich gehe zu Fuß hin. Alles klar. Ah, der ist doch. So, noch welche Menschen-Banner. Ich finde irgendwo in South Park ein Päckchen Zigaretten. Ah, okay. Ich lasse direkt... Gehe ich auch mal direkt in den Waffenladen da. Ich will, äh, bei den Waffenladen würde ich mal gucken, ob es eine neue Waffe gibt. Oh, Tower of Peace. Frieden, Mann. War der nicht zerstört? Ja, egal. Was hast du für mich? Was hast du noch mal meinen Sau-Pämpel? Man hat Angriff erhöht. Alter. Effekte Angriffe treffen. Das zieht. Und das zieht dahinter. Was ist noch eins? Das ist ein Sau-Pämpel. Alles klar. Ja, ja. Auf jeden Fall. Was mit der Armbrust? Ein perfekter Schild schwächt die... Perfekter Angriff schwächt die Schilde. Ja, hol ich mir direkt auch. Äh, ja. Junge, Junge, ey. Krass. Eigentlich mal ein ordentliches Schild, äh, ein Schwert. Gut. Gut, muss ich ihn verprügeln, wenn die mir nicht die Zigaretten geben wollen. Los geht's. Boah, macht das Schaden. Alter, ich hab die ganze Zeit nur voll die Dreckswaffen. Stirb, Arschloch. Jawohl. Jawohl. Gut. Eingriff erhöht. Das bedeutet, das wird immer stärker. Wie geil ist das denn, Witte? Warte, ich... Ja. Ich bin kein Schwertkämpfer, aber bin normalischer, aber... Ich hab nichts gefunden, was... Oh. Oh, das war... Das ist sehr knapp. Oh. 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 Danke für die Zigaretten, mein Freund. Ich werd sie sehr gut gebrauchen können. Sehr gut, was... Zipwuffe. Achso, haben die überhaupt Slots? Ja, haben die sogar zwei Stück, Alter. Nice, nice. Fiekperfekten Schatten... 15 Schlosshanzug. Fiekperfekten Schatten, 50. Machen wir mal Feuer und... Alter. Alter, 15% mehr Schaden. Nehmen auf jeden Fall. Brennen oder... Ne, eine Blutung. Hä? Gut, was ist auf der anderen Waffe? Äh... Nichts. Ah doch, eins. Äh... Nehmen wir... Auch hier. Alter, muss ich perfekt treffen. Hier haben wir in die Bar. Du ja, Leckviewe, gullere. Dä. Well, well, you supposed to be some kind of night of the round table? Welcome to you old Skeeters Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Biggans. That's why I got stuck with her majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller then go clear out them rats out of my basement. Nun, was hast du erwartet? Mach den Schein! Jawoll, immer mal. Ich sage, du willst ein bisschen Ratten im Keller säubern. Mal gucken, was hier... Müssen aber kein Problem mehr für mich sein. Das ist ein großer Fehler. Bamm! Boah, krass. Mit den Sockeln geht das noch mehr ab, ey. Kleine Ratte reif mich an. Oh nein! Das ist so geil, wenn er das... Schwer zudreht, Alter. Sieht echt nice aus von... Stan. Kai, Kai, Kai. Blau mit gleich Kai. Oh nee, sind zwei große, egal. Falsch. Scheiße. Boah, Mann, ist viel Schaden, Alter. Ja, ist gut. Richtiger kleiner Bastard. Ja, dann zeig ich dir mal, wer ein Bastard ist. Noch zwei Rattenkillen. Locker easy. Egal, mach's so. Egal, mach's so. Wie viele? Ach, wie stehen die denn? Gut, der wird dann nachher durch die Blutung sterben. Los, los, los. Was? Ey, die Attacken von den check ich manchmal nicht. Ah, bist du zu spät. Gut, den auch schon. Hammer der Aroschern, Hammer der Aroschern. Hammer der Aroschern. Ja, so macht man das. Ich glaube schon, wie alle Gegner irgendwie umgehen, indem man eben das zum Beispiel macht, was ich gemacht habe. Moment, was ist denn da? Ich komme jetzt zu der Kiste. Kannst du bevor ich hochgehe? Ah, egal. Erledigt. Jawoll. Jawoll. Dartfile. Eine neue epische Waffe, der Dartfile. Ich spiele. Zwei neue Kleidung. Moment. Habe ich schon den gesehen. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich muss alle finden, ey. Und jetzt sage ich es, ey. Ich weiß nicht, aber ich werde das Spiel zu 100% durchspielen. Mit allen Zeitquests, allen Freunden. Wenn das geht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alter, es wird was. Gut. Alle Menschen Banner zerstört. Alle Menschen Banner zerstört. Ja. Ich muss kleine Kinder finden. Ich muss kleine Kinder finden. Ja, ich hab's erledigt. Kehre zur Hundekacke zurück und berichte ihm. Ja. Der ist ohne Kacke, ne? Ja. Ich bin froh, dass du dich freundlich bist, Dragonborn. Neue Feindschaft. Neue Feindschaft. Neue Feindschaft. Neue Feindschaft. So, habe ich noch eine Quest? Ich hab gar nicht Quest mehr. Lol. Hier steht sogar, wo was noch versteckt ist. Ah, okay. Was soll hier noch versteckt sein? Keils Haus. 24 Ausrüstung und eine Farbe. Nö, ist klar. Keine Tricks, Mensch. Jawoll. Ist hier oben nichts? Komisch, nicht? Egal, 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 egal. Goal, gol, 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 gol. Dö, 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 dö. Äh, Keils Haus. Ich hab ja nicht. Moment. Ah, okay. Keils Haus. Da soll was drin sein. 24 Ausrüstung. Wahrscheinlich der Händler. Jawoll. Ist das jetzt ins Gesamt oder was ich noch brauche? Das würde ich gerne wissen. Ich gehe mal hoch. Nehmen alles Anspielungen auf. Gut Film. Sollen Drachen schon kaputt gemacht? Ein Steinplakat. Das hat man doch schon mal. Meine Fasse. Oh, was ist das denn? Na, haben die auch ein Dildo? Was ist das? Was ist das? Garagen-Schlüssel. Garagen-Schlüssel. Okay. Stört die Dusche-Spring aus, wenn man irgendwie verkloppt wurde, oder? Wieso, was? Jetzt mal ohne Spaß. Die Kleidung gefällt mir. Also, what the fuck. Hatte ich gerade scheiße angehört. Oh. Nein, das habe ich schon mal gemacht. Ich werde es nicht nochmal tun. Schatz, eine Ausrüstung. Ah, ich brauche nur eine Ausrüstung, kann man hier finden. Das ist wahrscheinlich schon irgendein Garagentor. So. Achso, ich gehe mal lieber, ich gehe mal wieder zu Cartman. Kannst ja sein, dass der inzwischen. Moment, was ist das? Aha. Ist das denn für die letzte Ausrüstung? In der Tat. Gut, habe ich das Viertel auch schon gekriegt? Ja, genau. Ich werde dann nachher zum Schluss alle Sachen suchen. Ey, kleiner Elf. Hi. Bin ich hier bei... Ist das jetzt Cartman? Das muss es Cartman sein, ne? Da haben wir zwei Häuser neben dem. Kenny ist genau der Nachbar. Äh, nein. Jetzt bin ich in irgendeinem fremden Haus. Egal. Stan. What the fuck. Ach, hier war ich schon. Cartman ist ja auch schon Bezirk weiter. Hier, das ist Cartmans Haus. Ich glaube, das ist ja. Copacab. Hehe. Natürlich ist es Cartmans Haus. Es ist ja Copacab, genau. Ihr habt recht, ihr habt recht, ihr habt recht. Ich glaube, ich werde Dinge einfach machen und einfach... Was soll ich denn das sagen? Wer ist denn dann? Verkaufen. Waffen. Dartpfeil. Nein, nein, nein. Die Ausrüstung brauchst du am wenigsten. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe eine Sprache. Ich habe eine Worte von einem Twitterer, Raven, dass die Elfen sagen, dass sie nicht die Stücke haben. Das ist genau das, was die Schnee, kleine Jewelven sagen würden. Wenn sie so wie sie nicht die Stücke haben, dann können wir das nicht bewegen. Ach, ja, 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 die Ghost & Kids brauch ich ja noch. Äh, wo waren die denn nochmal? Wo waren die nochmal? Obwohl die Quests gerade nicht angezeigt, what the fuck? No. Oh, Timmer. T-T-T-Mmer. Dann. War jetzt nicht, ein Handtuch mitzunehmen, zu bringen. Ein bisschen Kiffen. Oh. Oh, Joy, es ist Butthole, die Barbarian aus den Dungeons des Dumbass. Du musst sagen, er sieht besser. Ja, er ist fast ein Gott. Being Gott ist nicht nur wie du dich triffst. Es ist ein Frame of Mind. Es ist Zeit für dich zu prüfen, dass du gegen die Regime der Welt bist. Ja. Es gibt ein großes PTA-Müttchen, die jetzt passiert in der Community Center. All die Fälle. Was sollst du dich nehmen, Mann? Willst du ein Freund sein? Butter hat einen horrible Snuggi over there. Hallo. Ja, hab Spaß in there. Ich denke, ich werde warten. Vergesst nicht, ein Handtuch mitzubringen. Das ist nicht richtig, ich sage dir. Aus keinem ist diese große Taco Bell gegründet. Und jetzt sind unsere Kinder in der preisischen Schulzeit. Eltern, wir wurden von den Entwicklern gegründet, dass sie arbeiten, um die Probleme zu verhindern, und die Schule sollte bald wieder zu kommen. Wieder zu kommen? Wer denken sie sind? Sie denken, wir werden eine Taco Bell sehen, mehr wichtig, als unsere Kinder-Education. Was, wenn es nicht wirklich eine Taco Bell ist, mit der wir beschäftigen. Vielen Dank für's kommen, Neu Kid. Jeder? Das ist der Kid, der Familie hat sich in die Stadt geblieben. Wir haben sehr nahe Freunde geworden. Sein Name ist... Was ist dein Name? Na, in Ordnung, dieses Kind und ich haben etwas vorhin gesehen, und ich möchte, dass ihr seine Geschichte hören könnt. Geh'n, Kid. Oh Gott, oh nein, keiner traut ihm. Dann die resten uns parents will. Come on, let's go! Come on! Fuck the conformists. Why? Are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Don't we screw it around in here. Okay. I saw you on the ship. You have pretty good control over your asshole. I used to have a bad hoarding problem. Okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need to throw it away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay, okay. This is a PTA meeting, young man. Be on your way. Ach, Gott, ey. Und jetzt bist du Schularin mit dem Schild, da er könnte mich nicht laufen. Biggest damn Taco Bell I've ever seen. Ah, danke. Okay, zum Elternrat und Kleber ein Beleidigungsschild. Was? Uh, yeah, have fun in there. I think I'll wait. Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't going to solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your Farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Äh. Seht ihr demnächst, PTA. Vielen Dank für's Zuschauen. Und, wenn ihr den Wettbewerbler lassen wolltet, bla bla bla, kennt ihr ja. Und bis zum nächsten Mal bei eurem Tribble.de.